Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu den Kanna-News aus dem Mai. Innenministerin kritisiert geplanten höheren Cannabis-Grenzwert im Verkehr. Ja, Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens aus der SPD äußert scharfe Kritik an einem geplanten höheren Cannabis-Grenzwert im Straßenverkehr. Ja, angesichts der aktuellen Verkehrsunfallstatistik, die häufige Unfälle durch Alkohol, Drogen und Medikamente zeigt, hält sie eine Erhöhung des Grenzwertes für indiskutabel. Dass es hierbei um eine Angleichung geht, die dringend umgesetzt werden muss, versteht die Innenministerin leider nicht. Und wir würden uns mehr Aufklärung für solche Politiker wünschen. Seit dem 01.04. ist der Besitz und Anbau von Cannabis für Erwachsene in Deutschland legal. Wie ihr wisst, ein neuer Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC je Milliliter Blut soll etabliert werden. Also ähnlich der 0,5 Promille-Marke bei Alkohol. Obwohl der Wert im Grunde noch höher angesiedelt sein müsste, es sei denn, wir sprechen nur von Speicheltest. Also wer am Vortag noch einen Joint genossen hat, kann sehr schnell diese 3,5 Nanogramm-Grenze überschreiten. Verkehrsminister Olaf Lies und Behrens befürchten mehr Unfälle durch die Teillegalisierung von Cannabis über den Gesetzesentwurf, der Strafen bis zu 3.000 Euro vorsieht, soll nun im Bundestag beraten werden. Bayern wird wegen Cannabis-Heuchelei kritisiert. Ja, unser Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wirft der CSU-geführten Landesregierung in Bayern Heuchelei bei der Freigabe von Rauschmitteln vor. Während Alkohol auf Volksfesten wie dem Münchner Oktoberfest in großen, rauen Mengen konsumiert wird, werden immer neue Verbote für offensichtliches Kiffen erlassen oder öffentliches Kiffen erlassen. Lauterbach betonte, dass Bundesgesetze auch in Bayern gelten und dass die Ungleichbehandlung von Alkohol und Cannabis unglaubwürdig sei. Er erklärte weiter, dass auf Cannabis keine Steuern erhoben werden, dass es nur in genossenschaftlichen Anbauvereinigungen für den Eigengebrauch produziert wird. Und wo wir jetzt auch schon dabei sind, es gibt nämlich Nachbesserungen des deutschen Cannabis-Gesetzes. Die sind jetzt auf dem Weg. Ja, ein neuer Entwurf im Bundestag bringt wichtige Änderungen nach der begrenzten Freigabe von Cannabis in Deutschland. Geplant sind, wie eben schon erwähnt, für Autofahrer ein Grenzwert von 3,5 Nanogramm THC und dazu ein Alkoholverbot am Steuer, wenn man bereits Cannabis konsumiert hat. Und es soll strengere Regeln für Cannabis-Anbauvereine geben. Also, die Änderungen umfassen folgendes. Grenzwert für Autofahrer bis zu 3,5 Nanogramm pro Milliliter. Blut soll eingeführt werden. Bei Überschreitung droht sogar ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. Für medizinische Cannabis-Genutzer gilt diese Grenzwert aber nicht. Alkoholverbot bei Cannabiskonsum. Also, wer unter Cannabis-Einfluss über diese 3,5 Nanogramm ist, Auto fährt und zusätzlich Alkohol konsumiert, riskiert ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro und ein Monat Fahrverbot. Ein komplettes Cannabis-Verbot für Fahranfänger, also für Fahranfänger und Führerscheinbesitzer unter 21 Jahren, soll ein vollständiges Cannabis-Verbot gelten, also Cannabis-Fahrverbot. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von 250 Euro und ein Punkt in Flensburg. Regeln für Anbauvereine. Ab dem 1. Juli 2024 dürfen ja spezielle Vereine Cannabis gemeinschaftlich anbauen und dann Mitglieder abgeben. Um große Plantagen zu verhindern, dürfen Anbauflächen und Gewächshäuser nicht dicht beieinander liegen. Die Änderungen wurden notwendig, da die deutschen Länder die Cannabis-Legalisierung nur mit Vorbehalten im Bundesrat zugelassen hatten. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte daraufhin nachträgliche Anpassungen zugesagt. Hamburg will kein Cannabis, auch nicht in der Hosentasche. Die Schulbehörde Hamburg hat alle rund 470 Schulen einen Brief verschickt, in dem sie empfiehlt, das Mitführen von Cannabis auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen zu verbieten. Dies sei trotz der neuen Rechtslage, die über 18-Jährigen das Mitführen von bis zu 25 Gramm Cannabis erlaubt, notwendig, um Klarheit und Sicherheit zu gewährleisten. Auch für Lehrkräfte und Schulmitarbeiter gilt ein striktes Konsumverbot im Dienst. Die Schulsenatorin Beckeris, auch von der SPD, warnte, die Legalisierung könnte ein falsches Signal der Harmlosigkeit senden und die Gesundheit junger Menschen gefährden. Verstöße gegen das Cannabis-Gesetz werden mit hohen Bußgeldern geahndet, insbesondere bei Konsum in der Nähe von Schulen und anderen Kinder- und Jugendeinrichtungen. Ja, man glaubt es kaum und es gibt schon wieder ein Daten-Lag. Hunderte Rezepte mit sensiblen Daten mal wieder im Internet veröffentlicht. Ja, bei der Telemedizin-Plattform Rezept-Service Dr. Ansey sind hunderte Cannabis-Rezepte mit sensiblen Patientendaten frei im Internet verfügbar gewesen. Betroffen waren Namen, Adressen, Geburtsdatum, Angaben zum bestellten Cannabis. Das Leck wurde am 14. Mai entdeckt und die Seite daraufhin gesperrt. Mehrere Patienten bestätigten die Echtheit der Rezepte und erwägen rechtliche Schritte gegen das Unternehmen. Bis zum Pfingstwochenende melden sich 27 Personen bei der Landesdatenschutzstelle Hamburg. Die Behörde nimmt den Vorfall sehr ernst, da hochsensible Gesundheitsdaten öffentlich zugänglich waren. Ein Betreiber, kann Ansehe, erklärte zunächst, ein Ex-Mitarbeiter habe das Leck verursacht. Inzwischen spricht er von einem Daten-Lag trotz Vorsichtsmaßnahmen und bemühte sich um eine Löschung der Daten. Ja, und dann gab es noch einen interessanten Fund in Apfelsäcken. Ja, da schauten die Finner nicht schlecht, als die Apfelsäcke fanden. Hier haben wohl Unbekannte in Kaiserslautern säckeweise Cannabis entsorgt. Also Mitarbeiter der Stadtreinigung entdeckten sie am Montag hinter Glaskontainern, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Dienstag mitteilte. Insgesamt hätten die frischen Pflanzenteile 23 Kilogramm auf die Waage gebracht. Und ja, wer sie dort entsorgte, das ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Ja, und man könnte wieder sagen, wer hat es erfunden? Es gibt schon wieder ein neues aus der Schweiz, und zwar Cannabis-Süßigkeiten, bekannt auch als Edibles. Und sehr beliebt in den USA werden ab Juli auch in der Schweiz legal erhältlich sein. Also ein Schweizer Produzent mit Genehmigung des Bundesamts für Gesundheit stellt Pralines und Weingummis her. Die sind dann in drei Läden in Kanton Zürich sowie in mehreren Apotheken erhältlich. Allerdings müssen die Käufer sich als Studienteilnehmer registrieren. Die Teilnahme ist Teil einer Studie von Swiss Cannabis Research, die seit dem 2. Mai läuft und 7.500 Teilnehmer umfassen soll. Die Edibles enthalten maximal aber 10 Milligramm THC pro Stück und kosten 35 Franken für 10 Weingummis oder 6 Pralines. Ja, ihr habt recht, das ist teuer, aber die hohe Preise soll den übermäßigen Konsum verhindern. Cannabis-BH ist ein neuer Trend? Wohl eher nicht. Jedenfalls wurde eine 34-Jährige am Nürnberger Flughafen mit über 20 Gramm Cannabis im BH festgenommen. Also kein Hanf-BH, sondern ein BH mit Hanf. Ja, die Frau kam aus Mallorca und behauptete zunächst nichts Anmeldegepflichtiges dabei zu haben, nachdem sie unter einer Kräutermülle in ihrem Gepäck gestand, sie den Drogenbesitz auch und übergab den Zöllnern 22,5 Gramm. Ja, das Zollamt erinnert daran, dass die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Marihuana nach dem neuen Cannabis-Gesetz weiterhin verboten ist. Gegen die Frau wird nun Anzeige erstattet. Cannabis-Legalisierung bringt Freiheit. Ja, nämlich seit der Teillegalisierung von Cannabis am 1. April wurden mindestens 125 Menschen aus der Haft entlassen. Eine ARD-Anfrage bei den Bundesländern ergab, dass viele Cannabis-Vergehen nun keine Straftaten mehr sind, da das Gesetz rückwirkend gilt. Besonders in Bayern 24, Rheinland-Pfalz 13, Niedersachsen 2 führte das neue Gesetz zur Entlassung und Nordrhein-Westfalen meldete sogar 50 Entlassungen. Also der Deutsche Richterbund schätzt, dass 100.000 Strafakten überprüft werden müssten. Bisher wurden bundesweit rund 216.000 Verfahren gesichtet, 10.000 sind noch offen. Die Überprüfung der Fälle variiert in der Komplexität. Also einfache Verstöße mit weniger als 25 Gramm Cannabis sind leicht zu bewerten, während zu Mischfällen mit anderen Strafdaten halt mehr Zeit beanspruchen. In Nordrhein-Westfalen wurden 86.000 Verfahren auf die neue Rechtslage hinüberprüft. In Baden-Württemberg dauert die Prüfung pro Akte ca. 15 bis 60 Minuten. Ja, Schwerpunktaktion nach der Teillegalisierung. Ja, ob Cannabis nur ein vorgeschobener Grund für mehr Grenzkontrollen sind, ist hier wohl fraglich. Denn nicht nur in Vorarlberg werden verstärkte Grenzkontrollen zu Deutschland durchgeführt, um Cannabis-Tourismus vorzubeugen, welches es jetzt noch gar nicht geben kann. Nach der Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland hat das österreichische Bundesland die Kontrollen ausgeweitet. Die Polizei stoppt Fahrzeuge, sucht Innenräume und setzt Drogenspürhunde ein. Ja, mit der Initiative Focus wollen die Polizei und die Landesregierung verhindern, dass Cannabis nach Vorarlberg geschmuggelt wird oder Personen unter Cannabiseinfluss einreisen. Übrigens, der Konsum und Besitz von Cannabis ist aber nur für Personen mit mindestens sechs Monaten Wohnsitz in Deutschland erlaubt. Es handelt sich hier also um politisch motivierte Polizeieinsätze, welche viele Steuergelder fressen und unnötige Staus produzieren. Bisher wurde übrigens keine Zunahme von Cannabis-Tourismus festgestellt, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Ja, welch ein Wunder! Unterstützt werden die Kontrollen durch deutsche und schweizerische Behörden. Und so auch Schwerpunktkontrollen im Innenviertel. Am 24. Mai fanden im Bezirk Braunau Schwerpunktkontrollen an den Grenzübergängen statt. Bei 500 kontrollierten Fahrzeugen wurden 150 Alkoholtests durchgeführt, wobei drei Autolenker und fünf Suchtgiftlenker erwischt wurden. Es gab 23, also nicht mal da wurde jetzt nur Cannabis festgestellt, sondern Suchtgift. Eine wegen Pyrotechnik, 36 Organmandate, fünf Führerscheinabnahmen, Kennzeichenabnahmen wegen Lärm und bla bla bla. In diesem Sinn, fahrt vorsichtig, steigt in kein Auto, wenn ihr noch bedröhnt seid, beziehungsweise ihr selber fahrt. Bleibt legal und gesund. Wir sehen uns beim nächsten Monat mit den neuen News. Bis dann. Baba. Baba.